Moin moin und herzlich willkommen bei Trust and Betrayal. Ich habe hier ganz viele nette Leute mit an Bord. Und zwar haben wir, guck's, so, den, äh, Tarumaru, den, äh, Schnattelkraft, den Karten, den Rothermoon und Geekskirt, aka Nancy. Hallo. 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 Und wir wollen irgendwas machen heute, nehme ich mal an. Ich mach's Maragde. Du mach's Maragde, okay. Ja, ich tauch sie. Ich könnte noch Endermänner für ein paar, für ein paar Kugeln. Hab ja noch nicht genug. Oh. Und, äh, ich könnte ein paar Gene vertragen. Wo muss sie mich denn da hinwenden? Also, ich, meine Gene liegen bei uns in der Kiste, aber die müssen noch, äh, Zitren-Vifugiers werden. Aber ich hab meine unendliche Energieverschung gemacht, das heißt, du kannst einfach mal im Haus gehen und Zentrifugierieren. Zentrifugierieren. Das ist sehr schön. Ich hab, das Wort wird vorgewaltig, die ganze Zeit. Dann muss ich mal eben zurück zum... Noch ganz kurz, was wir meint, die letzten beiden Folgen waren die, die vorhin hervorgerichtet waren, die blauen. Äh, alles, was da passiert ist, ist nicht mehr da, weil der Seron danach irgendwie abgestürzt ist und wenn das kaputt war. Ja. Ja, dann ebenfalls. Da kann ich nichts machen. Äh, bei mir ist trotzdem noch das Headset ab. Der Server hat nein gesagt. Jetzt. Das liegt an der, ähm, ähm... Äh, ich hab keine Ahnung. Gut. Das ist genau das, ja. So, Kaden, machst du mir die, äh, Ignitz? Bin grad dabei. Ah, du bist ein Schatz. Du kannst es übrigens ganz einfach auch selbst machen. Nee, ich kann das. Doch, du musst einfach nur einen Ferios-Ingort und andere Eisen-Ingort in die Schmelze packen und dann kriegst du das zwischen raus. Ich würde mir gar nicht die komische Induktions-Scheiß machen. Aber was, aber wolltest du nicht den Haushalter bauen? Ja, 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 ich baue mein Haus weiter. Ich hab letztes Mal extra Sand gefahren, den werde ich jetzt erstmal zu Glas machen. Oder du bist ein cleverer, äh, T-Cars, nee, Minefactory-Typ da und machst einfach Sand aus Cobblestone. Wär zu einfach. Wieso? Echt? Wie hat man eine Wüste da hinten? Ja, du kannst aber automatisiert machen lassen. Du musst nichts machen, außerdem das Glas einsammeln da hinterher. Stimmt, du kannst ja so einen Cobblestone-Generator bauen, ne? Genau. Und du kannst dann mit dem Pulverisierer das zu Sand machen, dann kannst du Glas brennen. Dann muss ich mal als ein Pulverisierer bauen. Muss ich sowieso mal machen. Aber erstmal kümmere ich mich heute um eine Stromquelle. Und um die Kisten. So, das ist auch noch wichtig. Deswegen habe ich ja diese Ender-Perlen gesammelt. Ach, genau. So, dass du eine Death-Ender-Chess bauen kannst. Und eine Death-Ender-Chess, genau. Darf ich auch noch machen. Ja, wir haben mal geschwunden, was die Belohnung ist, wie du da sprichst. Ja, Nancy, damit du weißt, was das ist. Wir haben Ender-Gene bei uns drin. Die hat sie auch. Ja, 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 genau. Ich weiß schon. Sie hat auch mein Blut. Ja, hat sie auch. Achso, ja. Oder mein Blut. Ich hab das, ja. Ich hab das, ja. Sie hatte dein Blut, hat es mir hier gegeben, hab ich ihr wieder mein Blut gegeben. Jetzt haben alle mein Blut. Außer Karten. Stimmt, ich brauch dein Blut auch noch. Ja. Ja. Und wo? Oh, ich hab mein Blut und dann... Ja, was ist da los? Richtige Bluthugel. Wir sind eigentlich alle, äh, alle vom selben Blut hier. Wir sind richtig gut verwandt, kann man sagen. Blutsbrüder. Ja. Die roten Blutsbrüder. So, weil ich jetzt genuss Maragda, um mir so viele Tools zu bauen, die unsterblich sind. Ja, ich hab auch schon ein paar. So, wo ist der Houtini, der es tauscht? Wo hinten? Was nicht? So, ich will das erstmal hier finden. Da. Wo muss ich, wo muss ich jetzt hinkommen? Ich bin jetzt gleich quasi wieder in der Startzone. Achso, ich bin jetzt in unserem Starthaus. Okay. So. Ach, ich kriege die Tür nicht auf. So. Ich tausche Weed gegen Smaragd. Weed. Weed tauscht man doch nicht. Das raucht man doch. Bin ich denn hier überhaupt? Bin ich verwandelt? Er hat Level Up gehabt schon wieder. Wir müssen ja ernstes Württchen miteinander reden. So. Was wollte ich machen? Achso, ich wollte, wollte ich das hier nicht. Ich baue das bei mir in meine Wohnung hier. Hier ist sowieso kein Platz mehr hier. Äh, wie, Death Ender Chest, ne? Ja. Wie gibt die? Das weiß ich auch noch nicht. Das ist ein Ender Chest. Vor allem. Däh. Erstmal brauche ich einen Ender Chest. Oh, ich bin durch keinen. Oder was? Tut mir aber leid. Also erstmal brauche ich mal einen Ender Chest. Ach, ich habe ja gar kein Ei auf dem Ender. Wo kriegt das denn her? Einfach ein normales Ender Auge. Ja, Lohnstaub. 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 Haben wir noch Lohnstaub? Hi, Fledermaus. Ach, muss ich dir da was Schönes zeigen gleich? Ja, genau. Genau. Das müsst ihr euch unbedingt angucken. Wir hatten vor uns ein Lachflasch. Ohne Ende. Guckt. Guckt. Guckt gerade diesen blauen. Er ist wieder mal durchs Fenster. Wenn ich auf einmal einen Creeper habe, dann hatte ich ein bisschen Kopf auf. Da hat Marco gerade einen Creeper zerstört, hat sich einen Creeper verwandelt und hat gleichzeitig den Mr. T-Hoot auf. Das sieht total bescheuert aus. Ich habe so einen Creeper. Aber doch irgendwie episch. Hm? Ach, hast du noch einen Top-Super. Wie viel ist das? Einer brauchst du noch. Ja, wenn ich mehr Kisten machen will, brauche ich mehr, ne? Kannst du nur eine haben? Ja, für die anderen, für die anderen Leute. Jo, ja. Du brauchst fünf Ender Perlen pro Kiste und... Hier. Ach, ich brauche noch Obsidian, ne? Ganz viel Obsidian, genau. Hier ist eine Spritze in der Kiste drin. Das ist meine Spritze, das ist mein Blut. Okay. Aber es ist nicht zentrifugiert, kannst du aber nicht wollen. Aber ich sollte irgendein anderes Blut nehmen, richtig? Ne, das ist schon das richtige Blut. Du musst es nur noch in die Zentrifuge packen. Okay. Aber wenn du das Blut benutzt und das zentrifugiert hast, bitte deine Spritze wieder aufziehen mit deinem Blut und das wieder reinlegen. Alles klar. Alles klar. Also wenn du stirbst, ist das nämlich weg. Okay, wo ist die Zentrifuge? Nächste ist bei Dalus Haus dieses komische Holz geduldet, ne? Oh, ich weiß natürlich überhaupt nicht, wo dein Haus ist. Also ne, also über dem Haus, wo außer unten ist er im Spawn. Wir haben fast keine Kohle mehr, kann das sein? Spawn im Westen hoch. Vielleicht ist doch schon mein... Eigentlich haben wir gar nichts. ... mein tolles Konstrukt. Ich brauche das Obsidian. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal, äh... Äh... Über dem Spawn. Ich hole mir mal Lager. Das Blaue hier? Ne, das daneben. Das ist nicht Blau, das Grüne und das Rote. Warte, ich... Warte, wenn ich meine das entsprechende Feed. Ach Gott, schon, eigentlich darf ich da nicht raus. So. Also das sind diese komischen dunkel-lila Bäume, ne? Äh, warte mal, ich bin jetzt quasi direkt beim Spawn. Ja, du fliegst erstmal gerade nach oben. Gerade nach oben, okay. Hui! So. Wie weit nach oben? Ah, du bist ja eine Pflegermaus. Ich gucke gerade nach Menschen. Ja, ich gucke für die Maus. Und dann bist du, bis du ein grünes Haus siehst. Ähm... Da ist ein... Was heißt Haus? So in die Wand reingebaut. Da fliegt... Da fliegt ein Creeper mit einem Mr. T-Cop davor. Das kann ja ewig dauern so. Dann kann das das nicht sein, okay. Sekunde. Also ich bin direkt über das andere Höhe. Ah da! Ah, ich glaube ich sehe dich. Ja genau. Was ist denn hier drin? Molten Gold? Dieses... Dieses krumme Gebilde ist mein Haus hier. Okay. Warte. Wo bist du? Ich bin hier. Hinter dir. Überraschung. Bin ich der Zombie? Nee, der Zombie bin ich nicht. Ach hier. Ich habe noch vier Ferreros, die kann ich dir wiedergeben, wenn du willst. Guck mal, sieht doch cool aus, oder? Wie geil, Maru. Yes, Baby. Der ist epic, oder? Der ist echt epic. Und du musst das Blut in das Ding hier, wo die zwei Spritzen draußen reintun. Links. Oben links. Oben links. Der oben links hier. Warte mal, ich muss mir eben kurz... Toggle Downfall ist erlaubt, oder nicht? Perspektiventechnisch. Tja. Usch. Ich hasse ihn im Regen. Ich mache ihn aus. So, da wo du die beiden Spritzen laufst, muss ich das reintun. Genau. Dann leh es einmal durch, und dann kannst du wieder rausnehmen. Dann kannst du dir spritzen. Das mache ich, indem ich das Ding anwählen und rechts klicke, oder? Genau. Rechts klicke, dann ziehst du es lang. Und dann loslassen. Wenn das Pferd drauf gezogen ist, loslassen. Dann macht's zack. Oh. Die ganze Energie. Jetzt ziehst du es nochmal. Um das wieder rauszuholen. Genau. Und jetzt legst du es nochmal da rein, dann hast du es schon fertig beim nächsten Mal. Ja. Mach ich mal eben. Mann, ich brauche auch Quid-Playings. So. Alles klar. So, und das sind jetzt alle Gene, die ich überhaupt haben kann, ja? Das sind alle Gene, die wir... Nein. Die wir im Moment haben. Wir grad haben, ja. Was ist da jetzt drin? Da waren die Herzen drin, sagtest du? Also da drinne ist 5 mehr Herzen. Da drinne ist Fliegen in jeder Form. Kein Fallschaden. Kann 30% schneller laufen. Kurz zu sprinten. Und ich habe heute schon verraten. Ja, die Ende... Wir können fliegen. Also ich bin eine Menschengestalt, aber ich... Das ist ja voll Premium hier. Das ist jeder Gestalt-Premium. Kein Fallschaden, ist voll Premium. Und Creeper haben Angst vor dir. Ach, wegen den Katzen. Genau. Supergeil. Ich glaube die Katzen-Gene habe ich noch nicht, oder? Doch, doch. Habt ihr meins gegeben. Vielen Dank. Dann werde ich mal eben kurz die Spritze zurücklegen. Katzen-Gene. Yes. Ah, ihr braucht auch eine Exoskelette sehr gut. Ja, aber nicht wegnehmen meinen Exoskelette. Nein, nein, mach ich nicht. Keine Sorgen. Wir haben übrigens gelernt, Exoskelette nur Kopf und Füße. Mehr machen wir nicht. Und den Rest machen wir mit Diamant, oder wie? Ja. Erstmal. Ich habe da oben noch 7 Platten drin. Die kannst du nehmen. Okay. Eisen-Platten. Nee, für die Exoskelette. Nee, für die Exoskelette. Dann kannst du die Kopf und Füße schon machen. Dann kannst du den Rest der Platten auch wieder eintun. Hast du noch Platten übrig? Nee, 5. Nee, reicht doch nicht, ne? Nee, reicht doch nicht. Mit 7 Platten kann ich gar nichts machen irgendwie. Doch, den Kopf kannst du nicht machen. Ähm, muss ich an Dings machen hier? Nee. Kannst du schon irgendwo hin, ne? Ganz normal, kannst du überall craften. Wie viele Miniatur-Herzen brauch ich denn für einen Herz-Container? 1. 1. Wie viele Herz-Container brauch ich, bis ich den Helm voll entschadet habe mit HP, meine ich so. Ähm. Wie viele Kinder? Ich glaub für bis 10 oder weniger? Und weniger. Ich hab 3 drauf, also ich glaub 6 Stück. BDAB-Modifier kostet das? Kannst du kurz schauen bei dir, oder? Ja, ich hab grad hier keinen Tisch. Hast du? Äh, kurze Frage. Death-Ender-Chest. Wie registrier ich die auf mich? Rechts-Click. Nee, ohne Rechts-Click, ja. Ah. Die Chat ist jetzt mit dir verbunden. Weißt du, Shift-Rech-Click? Nee, einfach nur Rechts-Click. Nur Rechts-Click. Ja, mach ich gleich, wenn ich mein Haus mal irgendwann fertig habe. Hahaha. Ähm, ihr habt doch alle mein Blut, oder? Äh, jetzt haben alle mein Blut. Also, und du hast ja auch teilweise von mir das Blut, oder? Ja, ich hab dein Blut gehabt, genau. Genau, dann könnt ihr auch von Lava schwimmen und ähm, habt der Water-Breathing auch drauf. Also sprich, könnt unter Wasser atmen. Ja. Und auch unter Wasser schneller abbauen. Was machst du denn, Rara? Oh, was auch ganz nützlich ist. Oh, was auch ganz nützlich ist. Obsidian. Ah, ja, das sehe ich so. Ah, okay. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Ne, wir haben kein Water-Freezing. Ah, doch, jetzt geht er nicht runter. Okay. Ich weiß nur vom Squid gewöhnt, der gar keins hat. Besser. Burschen. Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Ja, was? Ne. Acht Steine und Wasser einmal. Ja, so rum. Mit dem Schuh raus. Oder was willst du machen? Ja, ich will einen Moss-Ball machen. Ja. Ich hab ein zweites Huhn. Wie süß. Ich hab acht Moss-Stones hier. Und wir haben in der Mitte einen Water-Bucket. Ne. Eure Schmelz ist ja voll. Du aus normalen Steinen und Water-Bucket machst du Moss-Stone. Wenn du Moss-Stone hast, neun Stück einfach zusammen craften und dann kriegst du das Brot. Ach, richtig. Ach, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, bitte? Ne, ich probere die Tür an. Ach so. Das ist hierbei vorsichtig gefährlich drin. Du bist gefährlich? Ja, vorsichtig gefährlich ist da drin. Also da, keine Ahnung. Wie meint ihr was reingebaut? Ne, ja, ich hab damals das Hölten-Partei reingebaut. Das war ja nicht so ganz regelkonform. Ach so. Hast du mein schönes Aussehen gesehen? Da ist ja keiner drin geschaut. Ich find das echt, echt oberpornös, ey. Pornös? Der Rucksack Haltbarkeit. Ja, Pornös. Total Pornös. Der Rucksack hat wenig Haltbarkeit, das wird kaputt. Schön. Ja, draußen steht irgendwie auf dem Dach auch eine rum. Ja, hab ich auch gesehen. Ich weiß auch nicht, welchen ihr gehört. Da ist auch Zeug drin und der ist auch ziemlich Haltbarkeit drunter. Hier oben. Ja, die Monster droppen die meistens. Also irgendwie. Die Monster droppen die? Okay, das kann natürlich sein. Wenn ein Monster so einen Rucksack hat, dann... Ja, nehm ich mir für Miniaturherzen, wo droppen die eigentlich? Alle Monster können die droppen, ja. Nehm ich hier raus, was soll ich hiervon brauchen, ey. Also muss ich immer noch Monster töten. Äh, ich hab die gefarmt, als ich in der Hölle... Endermänner. Da hab ich sie gekriegt. Ne, er hat sich Köpfe gefarmt, hab für den Monster. Hab ich die paar bekommen. Okay. Köpfe für den Monster. Was ist eigentlich zwischen dem roten, dem gelben und dem grünen Herzcontainer? Ähm. Die Farben. Man kann's verschiedene Herzen machen. Kann's bis zu 30 extra Herzen machen. Eben einmal 10 rot, 10 gelb und 10 grün. Wisch. Den grün kann ich leider nicht anklicken, was man daraus bauen kann zum Bauen. Ja, das Rezept ist irgendwie nicht drin. So. Das versteh ich aber auch nicht. Die brauche ich. Ach, Goldbarren brauche ich? Und noch mehr Obsidian? Äh. Warum sagt mir das denn keiner? Äh. Hab ich ja gesagt. Äh. Ja. Bescheid. Jetzt war's. Was ist das, ein Creeper? Wer ist das da? Ja. Ich find's. Ich bin der Mr. Teeper. Alter. Alter. Da erschreckst du mich nochmal. Mal so. Gibt's einen auf dem Nutze. Ja. Mr. Teeper macht ja keine Explosion bei dir. Hallo? Der Creeper explodiert auch gar nicht mehr. Man muss bloß keine Angst haben. Wir haben Creeper. Wir sind total immun. Wir sind immun gegen alles. Außer wegen Team Blau. Ne. Wir brauchen noch von diesen komischen Unterwasserviechern. Luftatmung. Also Unterwasseratmung. Haben wir doch schon. Haben wir doch schon. Haben wir doch schon. Habt ihr von mir. Was wir jetzt, das Problem ist, was ich nicht unbedingt sicher bin, ob wir das rein splicen sollen, ist ähm Gas-Gene. Dass wir die komisch negativierenden Feuerballer schießen können. Umschießen. Warum? Das ist doch geil. Ja, aber da kannst du so schnell was mit kaputt machen. Ja, genau. Wenn du auf die Dasty kommst schon, das glaubst du für Epsilon oder so. Okay. Das ist es glaub ich. Okay. Ach, das kann man umstellen. Ja. Ja, das ist ein Vorteil. Problem ist, dann dürfen wir niemals Dark-Han-Dark-Han-Dark-Hanze? Das Zeug gibt. Dark Hunter, ja. Das darfst du nicht geben. Der hat schlankkühlte das. Das ist ziemlich viel Scheiß mitmacht. Habt ihr eigentlich Teleporter vom Enderman auch drauf getan? Teleporter? Ja, vom Enderman. Da könnt ihr Enderperlen schmeißen und euch teleportieren, ohne Enderperlen überhaupt zu besitzen. Ernsthaft? Das ist ja geil. Wenn du's mit drin hast, dann haben wir's auch drin. Nee, ich hab's nicht mit drin. Ich war mir überlegen, ob ich's rein tue. Achso, nee, ich hab nur Katzen, denen gehen wir mal. Voller Genpool hier, ey. Wir können doch alles, was uns nützt, können wir doch drauf machen. Quatsch, warum nicht? Wartet ja auch schon mal nicht. Nach 15 Minuten, wir können auch noch nen Vizzer beschwören und der Hautschub mal abfeißen. Das wird cool, ja. Was spricht man vom Vizzer? Ähm, Vizzern, das sind Autotex Vizzern. Oh, oh, oh. Auch wenn das, äh... Selbst wenn du mit nem flahrenden MG rumschießen würdest, würde das Vizzern. Okay, weil auf dem Rapier hab ich schon Lifestyle drauf. Nicht Lifestyle, sondern Vizzer-Effekt, das ja nicht mehr gehalten werden kann. Achso, den Vizzer-Effekt selbst. Eklig. Das will ich haben. Ich geh schon mal in die Hölle. Ja, ich brauch noch Blazrads, ich komm sofort mit irgendwie, dann können wir ein bisschen zusammen machen. Jetzt! Seid euch gehalten lassen. Deswegen kann ich heute den Vizzer nicht mitmachen, wäre ja cool, wenn wir beim nächsten Mal den Vizzer machen könnten. Ich hab mir auch schon einmal gemacht. Achso, du hast schon den Vizzer gemacht? Ja, klar. Ja. Karten, hast du die Barren? Achso, ich dachte, das ist der Sperre. Moment, ich bin grad hin, ne, war? Ja, das ist kein Problem. Hast du auch alle drei Modifier draufgepackt auf dein Schwert? Hm... Ne, den mit Gold und Apfel hab ich noch nicht. So, ich brauche das, ich brauche hier das. Der ist noch 72 Gold gehabt. Boah. Ne, grad nicht. Was fehlt jetzt noch, was fehlt denn noch? Da musst du sie pulverisieren, da hast doppelt zu viel Gold. Also, mein Messiehaus ist bestimmt noch was. Death in the chest, you see? Oh Gott. So, so, erstmal, da ist noch genug drin. Mach ich jetzt noch den letzten Teil der Folge. Ich... ...durch die Kühe. Bist du schon drinnen, äh, Dings? Ne, ich bin noch nicht. Oh, ich hab eine Kuh mit Game Boy Hut. Hab ich auch schon. Was habt ihr? Äh, ne Hütesammlung, die ist so groß wie hier. Die Kuhfarmen sind halt voll geil, dass man daraus Hüte kriegt. Ohjo. Oh, war doch gut. So, ich brauche hier das. Das da. Ähm, was ist das schon wieder? Schon wieder Obsidian? Das höchste Level, was man entscheiden kann, ist 5 von solchen Sachen, ne? Also 5 Protection 5 oder Schärfe 5 oder... So, äh, nicht immer. Also bei Protection sind es nur, ich glaube, 4. Ja. Aber bei Sharpness sind es dann 5. Aber ja, 5 ist das maximalste bei manchen Sachen. Okay. Na Rather, alles klar? Schärfe 3, Effizienz 2, Schärfe 2. Ja, ja. Brauchst du irgendwas? Action 2. Obsidian. Ich brauche eigentlich nur Obsidian. Ist egal. Für die... Müssen wir mal in ein Haus sehen? Komm mal mit. Ich kann sich zeigen, wo ich mein Haus brauche. Ohja. Sorkaden, ich komme jetzt auch in die Hülle. Okay. Das ist so geil, dass man nicht mehr morphen muss, weißt du? Ja. Äh. Hier lang. Bring dir mal mein altes Schwert mit. Das hat noch Beheading drauf. Ach, da unten. Das ist gut, ja. Ja. Faden, du weißt das nicht, wie man eine gute XP-Farm aufstellt mit Auto-Farm, oder? Da sitze ich... Ich mache ja gerade Glas. Habe ich noch nicht gemacht. Aber ich habe keine Kohle, um das Glas hier zu stellen. Äh, Frame, hast du Glas? Äh, Kohle? Äh, Kohle? Ne, habe ich nicht mehr. Ich habe Kohle vorne in die... Äh, eine von den Truhen gepackt. Da kannst du rausnehmen. Also Daniel, stell dir das Haus ungefähr so wie meins vorne, nur in schwarz. Naja, es wird anders. Es wird in eine ganz andere Form kriegen, aber... Äh, oi, oi, oi. Wie gesagt, Kohle müsste noch in der großen Truhen sein. Ach, man kann auf einen Rapier kein Schadnis drauf in Schaden? Ne. Doch. Doch. Nein, kann man nicht. Achso, in Schaden nicht, ne. Aber auch nicht mit Amboss drauf. Also nur... Auf die Tools und Waffen kannst du nichts in Schaden. Und Quarz halt, ne. Das Schadnisbuch ist total sasslos, was ich baue. Super. Also ich mach mir hier manchmal mit Schadnisbuch. In welche Kiste hast du reingelegt, Kohle? Äh, müsste in der großen drin sein. In der großen, hier sind 15 große Kisten. Ne, bei uns im Raum. Das heißt, ich kann auch die... die Spitzhacke nicht in Schaden... Alter, hier ist gerade... Hier ist gerade... Äh... Du hast gerade den Platz mit dem Zombie Pigman getauscht. Als du reingelegst. Ja, hab ich gesehen. Äh, Karten, wo steckst du denn hier? Oh, sauer, ne? Komm, eben hinterher. Ja, ich flieg jetzt noch ein paar Tage wieder zurück. Ah, okay. Ich seh' dich, glaub ich. So, oder? Ja. Ach, da ist alles schwer. Hi. Ah, ne, Spinne. Spinne. Stimmt, ich bin gleich eine Spinne. Ich geb dir mal ganz kurz hier mein Schwert, mein altes. Zum Farmen. Da ist noch Beheading drauf. Ich glaub, da haben wir jetzt. Na doch. Das ist richtig. Was? Mir? Was? Nicht mir? Das Schwert. Ja? Will's haben? Haben, möchte das. Für mich. Kapier. Furry Sharpness Beheading. Ach, ein Breitschwert. Cool. Ja, das ist mein altes. Gut. Äh... Abgetragene. Ist da unten. Okay. Ah, da, 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 da. Mein Messie Keller ist fertig. Wo? Was jedenfalls. Wo ist denn der Schilder? Okay. Hattest du mir hier einen Bitterknochen, den wir mir leihen können? Ja, ich hab noch welche. Äh, ich hab auch noch welche. Vielleicht will ich das erste Herz spawnen schon mal, wenn ich ein bisschen mehr HP hab. War grad nicht hier. Wo seid ihr? Okay, hat's jemand grad in der Nähe? Um spawnen. Ein Bitterknochen, ne. Ja. Ja, bei uns ist ne Truhe drin. In unserem Haus. Im Gemeinschaftshaus. Ich... Ist das ne Gemeinschaftsruhe oder in unseren Haupttruhen? Äh, bei uns in den Truhen ist das drin. Ich hol jetzt die raus. Glaub ich jedenfalls. Stimmt, da hab ich welche reingetan. Ja. Drei Stücken müssten nur drin sein. Frohe Rasse. Ich hol's die raus. Keine Sorge. Wie viel brauchst du? Ja, wie viel brauchst du? Ein. Ich hab nur ein Miniaturherz. Wie craftet man das dann? Ähm, du brauchst noch einen Diamantenapfel? Ja. Und ein Emptykanister, den ich aus vier Aluminium baue. Oh, wir sind gerade hier. Danke. Ich bin hier oben drauf. Ah, okay. Hey. Ah, das ist die schlechte Festung. Es gibt noch ne bessere. Also, die im Nordwesten? Oder... Ne, weiter südlich. Also, wir haben da oben ne Vierfalt... Das ist ne Vierfaltfestung. Wir sind vier Festungen ineinander verwuscht. Eine geht in den Berg rein. Äh, die hier unten ist aber auch ziemlich gut. Wir wollen einfach hier... Oh, komm mal, hier ist, äh, Dings... Brauchen wir das noch? Wo kann ich hin? Wobald und so? Wobald hab ich Unmengen. Vom gelben Fahrer. Wir brauchen nur noch so viel. Ich hab auch noch. Wir brauchen... Grundsätzlich brauchen wir alles. Weiß ich nicht. Ich will ein Haus aus komplett manüdischen Blöcken bauen. Ja klar. Viel Spaß. Das... Ich hab das jetzt... Wir haben das aufgenommen, ne? Also, du kannst jetzt nichts mehr anderes bauen. Das ist hier klar, ne? Du musst das jetzt machen, weil... Ne? Hier nach. Ja. Wo bist du? Mission accepted. Jetzt vergesst mich zu nehmen. Daniel? Kommst du? Ja. Ich komme sofort. Okay. Dann kurz ein bisschen... Hallo. So, okay. Ich hab schon wieder kein... Das Tech-Shop-Back hat schon wieder nicht geklappt bei mir. Es schützt immer ab. Scheiß. Nur dann, falls die Leute nicht wieder fragen, warum ich hier... Ohne Tech-Shop-Back spiele. Welches Tech-Shop-Back hast du denn was stürzt ab? Das wachst du bei mir nicht. Das wachst rum. Ich hab das nicht. Feierresistenz haben wir auch, ne? Ja, klar. Ja. Das heißt, wir können auch durch Lava fliegen, wenn wir Bock haben. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ähm, ich hab das Soatex. Ich glaub, Infinite ist auch drinnen, ne? Dass wir unendlich Pfeile schießen können, wenn wir den Genetic Bow hätten. Ich find das sogar cooler, das Soatex. Ich hab's nicht drauf getan. Ich? Dachte mal, es wird Infinite drin. Nee. Falten sind solche. Lassen. Irgendwie schnell. Das Viech einfach nur umfällt. Na klar. Ich hab'n Kopf. Wer enttäuscht wird dich. Oha. Die Klupex probieren doch noch, aber sie hauen dabei ab. Die zischen. Aber die ist mit dir nicht. Ach so. Was brennt denn hier noch in der Luft? Ich hab zwei Kaffee. Brenne ich? Rauche ich jetzt? Ach ja, ich verwandelst. Warte, ich hab Likes gerade. Oh ja, ich auch. Hast du grad die Zombie Pinkman gekillt hier? Ja. Gut. Äpfel hab ich doch, glaub ich, noch irgendwo gehabt. Ich brauch auch gut. Hups. Apfel... Vier Dirma. Das hab ich auch grad gefarmt. Ja. Geil. Jetzt bin ich erreicht. Mein Lager... Mein Lagerboden. Nee, ich bin schon beim Bodeneinbauen grad. Ja, das würde ich mich auch machen. Das ist, äh... Wo hast du den Luft gefunden? Ähm... Und zwar von... Unser... Pfff... Jetzt krieg ich die Tränen nicht. Eigentlich einfach nur nördlich von, äh... Vom Spawn. Nördlich vom Berg, alles klar. Ja. Das ist das dunkle... Ja, ich weiss nicht was das... Ist auf jeden Fall ein Scheißgrün. Das Gebiet. Da gibts aber einen Haufen vorne. Okay. Okay. Jetzt... Oh, hier sind Places drin. Muss ich jetzt noch voll heilen, sozusagen. So, jetzt ist das Lager fertig. Vor allem, wird so ein Haus größer gebaut? Ah ja. Äh, ich? Ne, ne, ne. Hab nix dran erinnert. Ja, ist klar. Kannst immer noch gruppieren wie vorher. Macht das Sinn, den Imp zu killen? Ja. Ich glaub vierer nach Hause nicht. Der rote Herzknitze gibt nur ein Herz, sozusagen. Ähm... Die geben alle bloß ein Herz. Ja, alle geben ein Herz. Achso, wir können ja nur drei extra Herzen haben. Was? Hm? Was? Hä, was? Du meinst von 30 Herzen? Ja, und man kann... Insgesamt, du kannst 10 rote, 10 gelbe und 10 grüne anlegen. Ach, die kann man stack in den Ding da. Ja. Ei, ei, ei. Wollen wir ja noch genug zu tun. Da ist ja keine grünen... Da grüne nicht gibt, da kann man wenigstens noch zwei, noch 10 rote anlegen. Ihr wollt das doch auf die Mütze machen, oder nicht, ne? Ne, du kannst erst mal das Inventar legen, bevor du auf die Mütze machen. Inventar? Einfach nur dabei haben, oder was? Äh, E? Da gibt's so, da oben hast du so ne Rüstungsmenü. E? Wenn du E drückst, Inventar. Weiß nicht, welcher Knopf das bei dir ist. Ach, Inventar ist auf T natürlich, ja. Natürlich. Da oben hast du so ne, so ne... Dia-Rüstung, ist das bei mir. Ja, genau. Da drauf kriegst du rechts noch so 3 Slots, da könntest du jetzt solch reinlegen. Ja? Und über 10 Stück, okay, verstehe. Ja, und wenn du nur nen Rucksack hättest, nen Knopf, dann könntest du den da auch hinlegen. Ja, okay. Das verstehe. Weil dein Name ist das, weiß ich aber nicht. Ah, da unten ist mal wieder ein Skelett. Also heute spawnen die nicht so, wie sie eigentlich spawnen sollten. Ja. Okay, ich hab nen Plan, ich will nächstes Mal ein Herzkott. Herzen sammeln. Oh, wir sind ja ganz schön dicke Bäume hier mit Oakwoodch, das ist ja cool. Ja. Machst du eigentlich relativ schnell. Ja, hätten wir jetzt noch ne vernünftige Lumberjack-X hier, dann wär alles gut. Ich hab nur eine mit Effizienz 4 und ein Schraubnis 4, das reicht schon. Eine Lumber wär gut, einfach unten abpacken, fertig. Ja. Hab ich überhaupt nichts. Dann noch hier an der Festung? Seid ihr schon weit? Auf Falmklappen kann man keine... So, hier sind zwei Gleises. Alter. Und irgendein schwarzes Skelett oder so? Ja, die müssen wir töten. Am besten mit nem Beheading-Schwert, dann muss ich den Kopf kriegen. Okay, dann hier den... So. Wir brauchen ganz viele Nether-Stars. Ich hab jetzt drei Köpfe. Oh ja, Nether-Stars sind auch nicht. Drei Köpfe schon. Oh, krass. Beheading-Enchant ist einfach nur das Schwert, das es so hat? Hat Effekt? Ähm, mein... Ja, mein Alter ist so... Das ist alles Enchant und mein Kleber hat es einfach so. Was müsste ich draufpacken, damit es das hat? Eine Ender-Perle und ein Obsidian. So, wir könnten den Wieser machen. Hast du Spachtel dabei? Okay. Um... Gene kriegen. Ach, scheiße, den Ding hab ich nicht dabei. Oh, okay. Aber wir können den ja auch normalen machen. In der normalen... Oben waren wir auch irgendwo eins? Dann Wither? Ja. Ja. War nicht in der Stadt? Denk dran. Nee, nee, auf keinen Fall. Ach, glaubt ihr schon. Ach so leid. Na doch. Warum nicht in der Stadt, wäre das cool. Wieder aufbauen. So. Sollen wir dann zurück? Ja, oder... Ich hol noch ein bisschen... Farmen. Achso, stimmt. Den brauche ich mir vielleicht auch. Brauche ich denn da? Ja. Hohle, das Skelett. So, was fehlt jetzt von den Spitz? Da geh ich noch suchen. Was ist das für eine hässliche Treppe? Wir hatten da hochgebaute... Ah, nein, nein. Die Wendeltreppe? Ja, ja. Ah, hier hinten ist hinten Sand, okay. Jetzt finde ich unser Haus nicht wieder. Wo ist denn hier? Ah... Ah, drei, vier... Ach, komm her. Ich habe eine Hütte zu viele... Äh, zu viel vor mit dem ganzen unten. Ja. Der kriege ich zurück? Ja, ich fliege jetzt zurück. Ja, ich fliege jetzt zurück. Ich fliege noch mal alles aus bei meinem... Ach, den magma's bleiben auch hier. Jetzt fliege ich den Spawn nicht wieder. Ich glaub's nicht, ey. Ernsthaft? Da ist er doch. So, so. Wer hat den Spawn nicht? Warte mal, Stuttgart. Da ist noch ein Breederskelett. Achso, Dennis. Das nimmst du gerade, okay. Oh, ich habe noch einen Headkopf bekommen. Tatsache. Sehr gut. Ah, da ist gut. Was macht man mit den Köpfen von den Viechern? Äh, wenn man... Drei Köpfe kannst du so setzen, dass dein Wizzard raus bohnt. Genau. Ah, okay. Das machen wir gleich. Gut. Das ist quasi ein Endboss. Ja. Aber unsere Folge ist mit uns vorbei. Ja, wir haben 28 Minuten. Ja. Wir haben noch Zeit. Die muss aber wegen Intro und Co. Ja, genau. Wäre nicht schlecht. Das Intro ist noch mal zu. So, wollen wir eben kurz moderieren oder was? Das Intro. Und ein Outro. Was da los? Intro, Outro, Endcard. Alles. So, dann machen wir Schluss, würde ich sagen. Okay. Alles klar. Gut. Ja. Dann bis zur nächsten Folge. Genau. Tschüss. Tschüss.